Die mittlere, der sogenannte Center Hook, hat eine Kapazität von 11.000 Kilogramm und die sogenannten Forward und Arthooks, also der vordere und der hintere Haken, hat eine Belastbarkeit von knapp 8.000 Kilogramm. Also das ist insgesamt eine Menge Ladung, die der Chinook hier als Außenlast transportieren kann. Der Center Hook, wie Sie sehen, hat einen sehr großen Lauf, kann 11.096 Kilogramm oder 26.000 Pounds, als die Front- und Rear-Hooks, kann 7.700 Kilogramm oder 17.000 Pounds. Heute ist diese Ladung eben vorn und hinten sind das jeweils Fahrzeuge und in der Mitte ist ein Übungsgewicht, mit dem die Hubschrauberbesatzung diese Art von Außenlasttransport eben auch trainieren. Hier werden Sie sehen, dass die Chinook releasing und retrieving its loads, während dieses Display und die Presse des Displays der Elektro-Ruskin-Katabilität ist. Ja, die Chinook ist wirklich schnell, dass die letzten 1.5 Kilogramm oder so ist, dass die letzten 1.5 Kilogramm ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir werden über den Barsow-Chillen mit der Sankt-Sankt. Wir werden den 2.0 auf der Sankt-Low-Firr. . 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 die 66 in Dienst gestellt wurde, sind von diesem Modell bereits über 1200 Stück gebaut und das ist interessant, auch heute noch ist das Flugzeug natürlich die Original Version, aber das ist nicht die Flugzeug, die wir hier sehen. Über 1200 von ihnen sind in verschiedenen Modellen gebaut worden. Und das ist die letzte Version mit der letzten Technologie, ein Digital-Flight-Control-System. Und jetzt produziert Boeing zwischen drei und vier von diesen Flugzeugen jeden Monat. Es gibt es übrigens nur noch bei einem anderen Flugzeug auf der Welt, das so lange produziert wurde. Außer der Chinook ist es noch die C-130 Herkules, die auch schon seit so vielen Dekaden produziert wird. Davon acht NATO-Mitgliedstaaten, unter anderem United Kingdom, also England, Niederlanden, Spanien, USA, Kanada, Italien, Türkei und Griechenland. Und die US-Armee lacht den Chinook. Und den Ballon-Flight-System vor dem Chinook ist 2,550 in Griechenland. Und die US-Armee lacht den Chinook. Und den Ballon-Flight-System vor dem Chinook ist 2,550 in Griechenland. Und die US-Armee lacht den Chinook. Und dass wir mit den Vorsitzenden von uns übernommen haben, der wir bei den 1. Sofia haben, für die US-Armee lacht den Chinook. Das bedeutet, dass der DSA bis 2065 betreibt und wir bedenken, dass er im ersten Jahr 61 hatte. Das bedeutet, dass das DSA nach über 100 Jahren im Einsatz war. Und das bedeutet auch, dass der Vater des letzten Chinook-Piloten noch diesmal gewohnt ist. Das ist die DSA nach dem Einsatz von 2065. Das bedeutet, dass das DSA nach über 100 Jahre, 103 Jahre. Und was wirklich interessant ist, dass der Vater des letzten Chinook-Piloten nicht eigentlich noch niemals. Die DSA nach dem Weg, wie schnell das geht, wie die beiden Fahrzeiten sind gerade wieder angehängt. Der Rufkörper ist wieder gelockt. Die DSA nach über 100 Jahren, die DSA nach über 100 Jahren, die DSA nach über 100 Jahren. Die DSA nach über 100 Jahren, die DSA nach über 100 Jahren und die DSA nach über 100 Jahren. Ja, super und sehr eindrucksvoll. Und ich bin froh, dass wir diese besondere Silhouette, diesen einmaligen Hubschrauber mit den beiden Hauptrotoren hier auf der ILA sehen konnten. Vielen Dank dafür an Boeing und vielen Dank an die Royal Air Force aus Odium aus England, die uns den Hubschrauber hier für dieses Wochenende rüber geflogen haben.